hier ist wieder zocker pet und herzlich willkommen zu einer neuen folge wir spielen der last of us part 1 sollen wir mal was wagen sondern einfach mal auf erbarmungslos spielen wir kommen nicht vom ersten gegner vorbei nein wir spielen ich meine ich habe das spiel ich nur damals auch schwer auf ultra schwer und was wir machen mittel ich bin mit kompletter ausrüstung das lassen wir aus endgültiger tod war aber aus totale tipps aus 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 Sie ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich diele mit harten Drogen. Oh, gut. Dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Gute Nacht, meine Kleine. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss drängen, mit dem Sprechende heißt es. Onkel Tommy? Hallo? Was ist denn da los? So, da sind wir auch schon. Was ist mit diesem Posi? Weiß ich nicht, welche. So. Soll ich es wegschmeißen? Nein. So, Telefon ist tot. Na, ist typisch. Verdammt. Ich habe mich total vergessen. Du bist kein Fossil. Noch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Lieber Papa. Also schön, du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre. Du verachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es jedes Jahr aufs Neue, der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Papst. Hab dich lieb, Sarah. Dad? Dad? Dad lebt gleich nicht mehr. Also, du. Was haben wir hier jetzt? Hörst du? Texas Herald. Anstieg von 300% aufgrund von mysteriöser Infektion. Corona. vor Südamerika eingeführten Pflanzen. Aber jetzt wurde der Bereich auf Mittelamerika und Mexiko ausgeweitet. Mehrere Unternehmen haben bereits freiwillig ihre Lebensmittel aus dem Handel zurückgerufen. Die Behörde wird voraussichtlich eine erweiterte Liste von Lebensmitteln veröffentlichen, die unter Vorsetzung auf Seite 3. Polizei. Verwirrte Frau tötet ihren Mann und drei weitere Personen. An der Begegnung mit der örtlichen Polizei endete gestern Abend blutig, als die Polizei auf mehrere Notrufe in Westlake Hills reagierte. Als die Beamten mit ihrem Eintreffen einen grausigen Tatort vorfanden, wurden sie von Sandra Rivers, die sich ohne Wissen der Polizei auf dem Gelände aufhielt, gewaltsam angegriffen. Läuft hier. Daddy? Bist du hier? Dann, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Angriffe nicht neigen. Es scheint, dass die Soldaten hier hinter mir... Was war das? Oh. Dad! Das ist voll die Riesenhütte. Dein Telefon. Was war denn da? Telefon. Anrufe. Dad, wo bist du? Acht verpasste Anrufe. Texte Nachricht von Tommy. Wo bist... Wo zur Hölle steckst du? Ruf mich an. Bin unterwegs. Läuft. Was haben wir hier? Ich komme heute spät nach Hause. Du kannst dir Essen bestellen. Wir sehen uns morgen früh. Baba. Wo ist er? Ja, das ist ne gute Frage. Was? Wow. Ah, dem Hund geht's auch nicht mehr so gut. Zack. Ah, da ist er ja. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fahren. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Das sind die Coopers. Das stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim. Dad. Jim, komm her. Komm her. Jimmy. Jimmy, bleib los. Jimmy, ich warne dich. Nein. Geh. Geh. Du hast ihn erschossen. Sarah? Ich hab ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da ne Ahnung. Komm, Scheiße. Wieder rein. Da ist überall Blut. Das ist nicht meins. Lass uns ein paar abhauen. Wahrscheinlich sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parallel, oder sowas? Sagst du mir, was passiert ist? Später. Ich sage, wie geht's dir hier besser? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Kein Handy. Kein Radio. Ja, geht super. Ebenso hat der Sprecher verladert. Und wo sollen wir hin? Er sagt, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis Couch. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Tommy. Tommy. I'm sorry. Grausher Gott, wie ist das passiert? Das weiß ich nicht. Mann. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und die Westküste. Herr im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hier. Hat sie nie nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er. Das stimmt. Alles gut. Glauben wir. Okay. Ich wollte sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind schon. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey. Fahr vorbei, Tommy. Stopp. Ich hab mehr gesehen als du. Niemand anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Oh Gott, nicht gut. Alle Idioten hatten dieselbe Scheißidee. Ja. Wir könnten einfach rumdrehen und... Hey, was zum Teufel? Los jetzt! Ja! Ach, du Scheiße. Dreh um. Oh mein Gott. Tommy. Tommy! Oh Scheiße! Was war das denn? Was zum Teufel war das denn? Hast du's gesehen? Ja, hab ich. Verdammt. Dreh hier, dreh hier. Nein, 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 nein. Wofür rennen die weg? Ich versuch's ja. Oh nein. Wir können hier nichts anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Festhalten. Fahr. Fahr. Vorsicht! Ah! Dadi? Hey. Hey! Zurück, Lannis. Zurück. Ich bin gut. Ich bin da, Kleines. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Wie schlimm. Wie schlimm. Wir müssen jetzt trennen. Gib uns Weckung. Komm, Schatz. Halt dich fest. Okay. Baby. Ich hab Angst. Mach die Augen zu, Kleines. Oh, mein Gott. Lauf weiter. Sieh einfach nur mich an, Kleines. Nicht hinsinn, Sarah. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich bring dich hier raus. Versprochen. Zurück. Es sind zu viele. Hier lang. Durch die Gasse. Los. Wir sind fast da. Wir sind fast da, Kleines. Sie kommen durch den Zaun. Lauf weiter. Macht, dass ihr wegkommt. Komm schon. Los. Bewegung. Los zum Highway. Was? Los. Du hast Sarah. Ich bin schneller als sie. Uncle Tommy? Wir treffen uns dort. Macht schnell. Daddy. Wir müssen ihm helfen. Er schafft das schon. Wir sind fast da. Sie kommen näher. Dad? Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey. Helfen Sie uns. Stopp. Bitte. Meine Tochter. Ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Stehen. Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Uncle Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, das ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund. Aber wir brauchen Ihre Hilfe. Scheiße. Oh, nein. Sarah. Okay. Nicht mal den Kleinen. Weiß Sarah. Weiß Sarah hier. Weiß. Ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah. Ich hebe dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines. Es tut weh. Komm schon, Sarah. Bitte. Ich weiß, Kleines. Sie weißt. Sarah. Kleines. Kleines. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh Gott, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar, aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Havik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer zuständigen Charaktere... Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von sechs angeblichen Fireflies. Du kannst aufsteigen, wenn du in der Dunkelheit verloren bist. Such nach dem Licht. Vertraue auf die Fireflies. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein. Für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... Keine große Sache. Gib mir das. Eben die Arschlöcher noch. Sehr lustig. Weißt du, wenigstens wäre es wahr? Das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert. Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvor zu kommen. Mist, Kerl. Er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Ja, noch ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Bei uns ist jetzt Sperrstunde. Denn wie es heute geht, sehen wir da der erste und der zweiten Folge von Blast of Us Part 1. Ich bin raus. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao mit V. Ciao.